Das Leben verläuft nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Trotz allem Pech und aller Bananenschalen. Jeder muss für sich etwas finden, was die Dinge für ihn erträglicher macht. Meine Leidenschaft ist der Fußball. Der Schiri ist ein... Was sollte man machen? Jemand sollte ihn verdammt nochmal kidnerten. Der Schiri ist ein Wichser. Du, du kommst mit mir. Sie ernst genommen? Hey, was machst du da? Kacke, halt an! Was willst du... Was getan? Ich habe den Mann zur Verantwortung gezogen. Ich habe eine Entscheidung gefällt, die dir nicht gefallen hat. Sag, es war ein Tor. Weil sich daran nichts ändern wird. Was zum Teufel machst du da? Ich wurde tatsächlich gekittimt. Philippa, bitte, komm schon. Glaubt, jetzt ist alles vorbei? Genau so ist es. Hast du schon gehört, was mit dem Schiri passiert ist? Die meinen, die wüssten, wer es getan hat. Sie wissen, wer es war. Erstaunlicherweise, zu sehen, dass die Unterstützung für den Entführer ständig wächst. Es ist nur ein verdammtes Spiel. Fickt euch alle! Es war ein Tor! Ich bin für die Menschen ein Held. Wo bist du? Wo bist du? Du weißt, es war ein Tor. Sag, es war ein Tor! Hier. Fernseher. Abhängen. Fußball. Wieso sich also aufregen? Es war ein Tor. Sag, es war ein Tor. Und meine es auch so.